Hallo liebe Leute, äh, wir haben heute Tag 64 im Spiel Seven Days to Die und äh, das ist der Tag nach der Horde und nach der Horde ist immer vor der Horde. Also, äh, müssen wir heute ein bisschen reparieren, Ordnung schaffen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Frühaufsteher sind schon wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mit mehr Schaden gerechnet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na egal, ich habe kein Licht an deswegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kaput! Scheint ja eine richtige Wanderorte zu sein hier. Musik Schauen wir mal diese ungekommenen Störungen. Musik Drei Punkte nur abgezogen. Musik Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Nagelpistole hat ganz schön durchgehalten. Ich habe mit der bisher alles aufgewertet, was hier zu sehen ist. Also den gesamten Fußboden und die ganze hintere Wand. Den Bau in der Mitte. Ich habe da alles mit aufgewertet. Und die hat heute erstmal den Geist aufgegeben. Wenn die Auge auch so funktionieren würde, wäre ich zufrieden. Musik Kein Eisen mehr. Musik Ich denke, am meisten angedutscht sind die Säulen, äh, bei denen ich mit der, äh, mit dem Explosionsbolzen dazwischen geschossen habe. Musik Die anderen haben nichts abgeklickt. Ja, ist gut, die Zombies waren ja auch nicht überall. Musik Musik Die anderen haben nichts abgeklickt. Musik 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 So, mir reicht es erst mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 das hat immer noch nicht fertig ich glaube das ja nicht so ich bedanke mich fürs zuschauen ich bin froh dass sie wenn ihr dabei seid ich hoffe ihr hattet ein wenig spaß ich sag mal tschau tschau bye bye bis denne wir sehen uns wenn ihr wollt